Das wäre glaube ich schief. Hä? Aber ich hab das Holz hingetan. Ich hab das Holz weggepackt. Ah hier. Und die Plattform wäre tiefer. Das ist scheiße. Das ist richtig blöd mit dem anbauen hier. Ich mach das System hier nicht. So ist es jetzt da? Ich hoffe. Ich bin hier hoch. Oh. Okay. Oh das könnte funktionieren. Wenn er aussah so im Arsch. Oh nein. Ich hör dich schon wieder. Bäh. Fickt euch doch. Was macht der hier? Oh Gott ist doch besser besetzt. Hilfe. Hast du dir glaube ich gerade den ungünstigsten Moment für ausgesucht. Oh Gott. Ich speichere einfach Gold und lock mich einfach aus. Oh Gott. Alter wie viele? Ich hab sieben Stück eingeboren oder so hier. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ich hab keine Ausdauer mehr Mario. Was soll ich machen? Ich bin ja gerade auf dem Meer. Lauf. Ich kann nicht laufen. Hinkst du mich später? Ja ja. Ich schön. Mario ich komme! Warte mal. Mario wie kommt man jetzt eigentlich auf die Plattform? Bis jetzt vom Boot aus. Kann man nicht irgendwie so eine Unterwassertreppe bauen? Ja, kann man später machen. Das einzige Blöde ist, dass du den Boden jetzt nicht wirklich anpassen kannst, nur auf dieselbe Höhe. Und dass das, wenn du hier was baust, dass das dann ein bisschen ungleichmäßig ist. Wieso ist der Boden jetzt nicht auf derselben Höhe? Weil du das einfach nicht machen kannst. Du kannst diese Dinger nur frei in die Luft setzen und das dockt halt nirgendwo an beim Bau. Das ist scheiße. Mario, Mario, ihr kommt nicht hoch. Wo kommt man hier hoch? Obwohl. Hallo Leute. Hier müsste es schon gehen. Bisschen weiter weg. Können wir mal einmal an die Plattform hinten ran fahren? Warte, ich will erstmal das zu Ende bauen. Warte mal, speichern. Oh Gott sei Dank. Einfach nur jetzt geradeaus. Fahr du mal. Nee, warte mal. Ich muss... Noch ein bisschen, noch ein bisschen... Okay, okay. Warte, hopp. So. Ich muss mal was wissen. Kann ich jetzt hier eine Plattform so dran setzen? Wenn ja, wäre das echt geil. Hey, ich kann nicht... Hey, ich kann nicht... Hey, ich kann nicht... Wieso kann ich die nicht hochdrücken? Ich weiß nicht, wie man die ansetzen kann. Das ist jetzt halt das Problem. Super. Äh... Wie hieß das denn? Das Custom Floor hieß das, ne? Moment. Ist ja auch... Ich weiß nicht, ob das mit Custom Floors geht. Normalerweise macht man das mit Custom Foundations. Aber, naja. Custom Floors ist, glaube ich, nämlich das Dach gewesen. Wenn du einzelne Plattformen nimmst, bist du ewig dran beschäftigt und kriegst du wahrscheinlich die Haushalt hier nicht rein. Wo ist denn Custom... Von Dich? Ah. So, Christian, kannst du dich mal auf die Ecke stellen und gucken, dass ich hier gerade bin mit dem Haus? So, ich würd's nur hier einfach mal machen. So, ich bleib auf der Ebene. Jetzt geh mal an die andere Ecke. Ah, ne, ich muss ja noch ein bisschen noch weiter raus jetzt. Stimmt ja. Bin ich parallel mit der Wand noch? Oder treib ich noch was weg? Ja, ja. Keine Ahnung. Ich wollte es nicht genau sehen. Äh, du bist auch ja schon in die Wand hier drüber. Ja, ist das richtig so. Äh, ich wollte eigentlich... Ich könnte ja komplett hier eine Wand hinterher stellen, aber mach ich das jetzt mal nicht. Ne. Also, die Wards, das machen keine... also die Außenwand können wir ganz normal machen. Ja, die müssen wir aber einzeln setzen und nicht so halt in einem Block immer. Du kannst ja einmal komplett fertig setzen und einzeln. Ja, aber warum können wir... Die kann... Wenn du die einzeln setzt, setzt du die pro Plattform. Das heißt, wenn du... äh, wenn du die... Nein, du kannst komplett hier rumziehen. Einmal um den kompletten Block. Mit einem... mit einem Bauprojekt, ne? Ja. Ja. Ja, dann ziehst du aber nur auf der Platon, die wir jetzt hier haben. Das ist ja auch noch die zwei Erweiterungen, die sind dann nicht mit drin. Die können wir doch gleich noch machen. Beziehungsweise, wir können auch hier die anderen Seiten weg machen. Ich setze jetzt hier eine komplette. Und hab dann die... Kannst du da welche wegnehmen? Aber ich mach das mal grad. Du kannst die Wände komplett wegnehmen. Geil. Ich hoffe bloß, dass das... Nein, das ist nicht auf derselben Ebene, ne? Ne. Fuck, das muss höher gesetzt werden. Kannst du dich einfach ein bisschen höher machen, so automatisch? Nein. Das ist ja die Scheiße daran. Aber der andere ist ungefähr auf der gleichen Höhe, ne? Ein bisschen höher, oder? Ne, der andere ist ja etwas wieder. Was ist das da unten? Den du hier hast, der ist auch ein bisschen höher, ne? Mario. Moment. Ist der höher? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann es nicht genau sehen. Ist ein bisschen höher, meiner Meinung nach. Aber wenn du ein kleines bisschen. Ja, die liegen oben drauf. Ist auch scheiße. Mann. Super. Das ist das, was ich so scheiße daran finde. Das ist die richtige Ebene. Ja, da beobachtet uns einer. Ja, von allen Seiten werden wir hier beobachtet. Kann ich schon ein bisschen was hier drauf bauen? So ein Fleischstand würde ich gerade bauen. Ja, klar. Irgendwie an die Ecke oder sowas. Kannst du mal gucken, ob das hier circa symmetrisch ist, wenn ich jetzt hier hinten hinsetzen würde. Moment, Moment. Ein Drying Rack, ich würde... Warte, ich würde... Warte, ich würde... Ein Drying Rack, sehe ich... Setze ich jetzt hier gerade an, an, an... Nicht ganz an die Ecke, sondern so ein bisschen... Vielleicht so nicht leicht, wie so was. Geh mal in die hinterste Ecke. In die, die du auch gerade hinguckst. Warte. Warte, wir müssen was... Okay. Wo, wo, wo... In die hinterste Ecke, wo das Drying Rack steht. Ja. Ich habe das jetzt nicht ganz an die Wand gesetzt. Jetzt bin ich... Nein, die andere Ecke. Achso, da hast du ganz recht stehen. Ja. So, und jetzt guck mal, ob ich... Wenn ich jetzt hier so auf der Position, wo ich bin, ob das circa gleich wäre. In alle Richtungen, also nach links und nach rechts. Was, äh, was jetzt? Ich... So. Ist das diese Ecke, wo ich jetzt hier bin? Ja. Wenn ich jetzt in diese Ecke, also ein bisschen diagonal erweitern, bin ich dann komplett gleich auf beiden Seiten, circa? Ich glaube, ich muss noch ein Stück weiter nach hinten gehen. Ich habe immer noch nicht verstanden, was du jetzt von mir willst. Die Ecke, wo du jetzt bist. Ja. Müsste jetzt genau... Du müsstest jetzt genau auf die Seite gucken, äh, auf die andere diagonale Ecke von der Plattform, die wir jetzt haben. Dahinter müsste ich sein, damit jetzt das Haus symmetrisch wird. Äh, nein, bist du nicht. Wo muss ich hin? Warte, äh, muss weiter nach links. Von dir oder von mir aus? Von mir aus. Das ist jetzt so eine Ecke. Achso, das heißt wieder so zurück. Warte mal. Wo du jetzt hier halt jetzt gerade nur deinen Namen und... Äh, nee. Oh Gott, das ist jetzt... So müsste das sein, circa. Jetzt... Nee, jetzt... Jetzt sind wir... Jetzt sind wir weiter nach links. Nach links. Von mir aus. Von mir aus links. Also wieder zurück. Na, zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. Stopp. Okay, das ist noch circa noch ein bisschen weiter hinten. Die Platte natürlich da angezeigt wird. So, jetzt bist du aber wieder nicht zum Glück richtig. Ja, das bin ja nur ich. Es ist ja nicht die Platte. Die Platte hängt ja ein paar, keine Ahnung, Kilometer weiter vor mir. Warum auch immer. Das ist uns circa, weil... Aschisch, aber wie. Das ist jetzt kacke hier. Und ich fimmel für mein Leben gern. Leben gern, leben gern. I'm just a sucker for pain. So, die nächste Plattform ist gleich fertig. Erschreck dich nicht vor der Anzahl der Baumstämme. Hey, das ist, glaube ich, sogar gleichmäßig. Ja. Komm schon, ich will da hoch. Also, ich müsste sagen, ich glaube, das ist der beste Versuch. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht hundertprozentig. Ja, das Blöde ist nämlich auch der Boden. Siehst du es? Das ist hier ein bisschen Boden drin, ne? Nein, aber guck dir mal an, wie der Boden verläuft. Ach so, jetzt andersrum. Ja, egal. Ich hasse es. Das ist egal, das ist, äh, das ist, ähm... Dann machen wir hier so eine Trennwand. Ja, ja. Machen wir hier rein. Keine Ahnung, es ist nicht so schlimm. Alter! Ja, ich glaube nicht, dass wir noch... Kannst du das Boot mal reinfahren mit mir? Wieso, geht doch. Ich krieg grad nicht hin wegen der Ausdauer. Äh, 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 äh. Okay. Alter, ich hab jetzt immer noch nicht gepackt. Blöde Ausdauer. Können wir noch schon essen? Wie findest du das mit den Fenstern? Moment. Ich hab Hunger. Kann man davon irgendwas essen? Nein, das muss noch. Das ist... Ja, ich hab hier noch eins rein und setzen. Ja, auch an alle, an alle Ecken. Und alle. Ja, dann können wir überall machen, überall machen. Mh, boah, hier unten, ja. Okay, ich hätte das nur ein Stück weiter hier nach rausbauen müssen, damit das wirklich exakt gleich wäre. Aber die Plattform ist länger, als sie breit ist. Äh, kein Kopf hier dran hängt. Auch wenn du dieses Systemo dazu hast, kein Kopf dran hängt. Ja. Ja. Ähm, ja. Wie ist denn das, wenn ich jetzt hier eine Kassette anmache? Wie laut ist das? Ich hab keinen Walkman. Ich hab einen. Wo hast du den gefunden? Im Cockpit? Ja, ich hab keinen. Ja, Musik. Ich hab keinen gefunden. Das kann ich halt nix anderes machen, ne? Das ist ätzend. Und ich müsste die Musik leiser stellen. Äh... Warum fahren wir jetzt nicht mit dem Boot erst mal an Land? Christian, komm. Das Boot an Land, weil sonst, äh... Müssen wir mit dem Boot wieder hierhin, um das Boot wieder zurückzubringen. Ich kann dich nicht hören. Du bist zu leise. Ernsthaft? Ich kann dich nicht hören. Du bist zu leise. Ich hab zu viele Knochen im Ohr. Warum steht hier C mit einem Pfeil nach oben, der dann über... Achso. Weil du dir speichern kannst? Ich weiß nicht, ob ich dir speichern kann. Das ist ein C. Pfeil nach oben, da drum so ein... Also kann ich durchgezogen. Also so ein gestricheltes Viereck. Ist das bei dir auch da oben? Wo denn? Überall am Zogen. Wenn ich hier hochkomme und runter gucke. Ne. Ich würd's aber auch nicht drücken. Ich hab hier nur das Ziel, ich speichern kann. Ähm... Die kann ich in den Kassettenrekorder wieder wegpacken. Escape. Ich weiß nicht. Oder was anderes. Aber du meinst zu steuern, ne? Ähm... Ich seh den Boden vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich krieg das hier nicht weg. Alter... Ich muss das Ding ausmachen. Nein, ich würd's ausmachen. Ach... Ich mach nimm einfach das Feuerzeug in die Hand. So. Äh... Ich muss rechtsklicken. Machst du linksklick? Jetzt. Ja, und... Ich lass mich hier um die Bucht herum. Ja, ich würd zum Boot. Ach, da wird's an Land, okay. Ja, damit das Boot nicht an Land ist, halt wegen dem ganzen Häusen, so, ne? So, und jetzt wieder, ja. Und dann schlafen wir kurz? Ja, genau. Äh... Aber gut, dass ich halt, dass ich noch die beiden Lampen da dran gemacht hab. Bisschen nach rechts, würd ich jetzt sagen, ne? Ja? Also egal, Hauptsache halt... Oh, Dorfbewohner, nicht zu weit. Okay, stopp. Ich lass erstmal pennen, wenn's geht. Äh... Z. Z. Und... Yay! Boah. So, und jetzt Bootswechsel. Okay, ich fahre, du steuerst mich? Okay. Ja, geht das oder soll ich zu fahren? Weil... Das ist eigentlich mir egal. Also du musst auf jeden Fall jetzt hier nur einmal... Ja, fahr erstmal noch weiter. Ich fahrt damit viel zu lange und ich hab Hunger. Wir können auch nochmal zu unserer Plattform gucken, ob das Essen fertig ist. Ja. Ich glaub, das lohnt sich echt nicht mit dem Boot hinzufahren, dann sind wir mindestens zwei Folgen unterwegs. Okay. Dann geh ich zu Fuß. Also du musst einmal komplett um die ganze Insel rum fahren. Anstatt mal quer durchzurennen. Okay, wir sind da. Nein, 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 nein! Nein! Okay. Es ist noch nicht... Doch ist es fertig. Juhu! Achja, ich kann mein Boot ja... Das Boot können wir auch hier reparieren, weil... Wir müssen... Oh, oh. Okay. Ähm, ja. Weißt du was wir hier eigentlich brauchen? Dann nur Steg. Ich obwohl wir hier... Oh, oh! Ik bin nirg. Dann nur noch mal. Ich bin nirg. 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 Amen. Amen.